willkommen zurück zur folge von go castle weiter geht's ja ich hab wieder bis was gemacht letzte kammer nix jahr wegen corona soweit geht schon wieder ich hab jetzt vor allem den blicksturm hier gemacht so auf 60 63 nämlich vor allem ist man jetzt mal auf 1999 vorgenommen natürlich hier ist gut durch hier in ihr tischarbeiter gemacht da dauert immer ewigkeit muss letztendlich rutschen drei punkte und da dauert das ein bisschen xp genau ich habe es hier schon 1,7 millionen xp gesammelt wie extra nicht nicht ausgegeben und mit euch machen machen wir verziehen gold gold pro kill ein bisschen mehr sound und ist aktuelle version 137 ich habe hier habe ich soweit die karte ist weitergemacht hier oben und hier bin ich jetzt irgendwo hier irgendwo aber manchmal 20.000 wird manche wirklich nicht weiter hat die noch ein bisschen mit die ersten beiden habe ich durch die auch komplett fertig gemacht dann noch hier im kreis ein bisschen ein fähig gemacht sind wie gesagt noch hier fehlt ein bisschen halt aber ich auf screen ja bis 4000 platz mit moment auf 38.000 801 also geht voran der wille für die tonne ist verliebt sich die glänze aber nicht hier voran leider so und hat sich nicht nix bezahlt auch in die mitte hier den hauptmann da habe ich ein bisschen gemacht und da sind es mit nichts neues über gar auch die auch ein bisschen weiter gemacht wenn man jetzt die drei wochen und ich glaube ich nichts geändert nur alle verwalten sonst wie gesagt man will ich gemacht und hat hier die blicksturm von plus für mich vor allem ich bin hier auch hier wieder ein zwei punkte bekommen gehabt oder so bin hier langgegangen was ist das eigentlich jeder torkastel zornart schon mehr der mensch auch noch ich habe es hier vorgemacht das gute ist weiß ich nicht ob man mal gemacht wir möchten noch ein bisschen mehr 25.000 wieder ein krieg wir ein punkt dies heute fährt wir sind von dem alten die macht nicht so weit die branche werden gehabt haben sie nicht ein bisschen schaden bei mir gemacht aber verschluss die lösung die lösung die lösung hier liegt auch immer auf die fliege ich jetzt erst und er ja sowieso die lösung hier die lösung hier die lösung hier die lösung hier fast ein level aber wir sehen zwei monaten in aktiv wird sich nichts nur 40 tage einmal die 24 tage aber auch keinen bock wie lange rauszuschmeißen alles ist mir zu blöd er hat alleine weiter und fertig wenn ihr wollt haben wie er jetzt kommt sie wirklich viel aber man freut sich ein paar punkte sind auch die auf die dauer gesehen nicht gewählt aber es läuft so weit ach ich wollte nur noch zwölf prozent wenn wir hier nicht in der spiegel ist nämlich schon sehr gut in den drei türmen hier immer zwei kipps hier verkehrt aber die beiden haben jetzt schon länger nicht mehr gemacht sind nicht mehr gelabelt nix dass ihr auch erst mal und immer noch alte set-up vorher auf hat sich nix getan sonst nur alles beim alten es läuft soweit sie weiter das war alles erst mal hier das schluss heute sehen uns nächste woche zu nächsten folge von go kassel bis dahin schön